Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update. Wir werden dort weitermachen im Prinzip, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar geht es um unsere BR-151-Log. Und zwar werden wir heute, das ich schon letztes Mal angesprochen habe, für die Digitalisierung des ganzen Projekts möchte ich mich heute um einen Prototypen kümmern, was das Thema induktives Laden auf den Schienen angeht. Jetzt habe ich ein paar Sachen besorgt. Das ist nicht das Erste, was ich besorgt habe. Ich habe viel, viel ausprobiert. Aber ich zeige euch heute den Weg, den ich gefunden habe für den richtigen, ersten funktionierenden Prototyp. Wir fangen an mit dieser Konstruktion. Das schwarze, was ihr unten seht, das ist ein QI-Charger. Aber nicht irgendeiner, sondern einer, der über eine erhöhte Reichweite verfügt. Passt super gut hier unten rein. Hat ziemlich genau die Höhe von vier Plates. Kann man also schön unter die Schiene bauen. Das Ganze ist das hier. Der ist gar nicht mal so teuer. Ich werde ihn unten verlinken, wenn ich es nicht total vergesse. Das Wichtige ist, der hat eine Entfernung von 30 mm. Und ihr seht, er hat einen Bereich, in dem er super gut funktioniert, in dem er gar nicht funktioniert, in dem man Unterstützung braucht. Glücklicherweise sind wir in dem Bereich, der grün ist. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich damit arbeiten können. Der hat, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ungefähr 30 Euro oder so gekostet. Ist das so ganz okay. Ist auch gut verarbeitet. Und ist jetzt hier mal unter der Schiene. Das hier ist ein Ding, das ist dabei. Damit kann man die Positionierung prüfen. Und schauen, ob das Ganze funktioniert. Wenn alle Lichter leuchten, dann hat man die perfekte Stelle gefunden, um das zu ladende Gerät oben draufzusetzen. Aber ihr seht also, dass es direkt auf der Schiene funktioniert. Der Ladeprozess würde also an der Stelle funktionieren. Das heißt, der QI-Charger funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und wir können das jetzt hier weiter ausbauen, unseren Prototypen. Das Ganze wird ja später mal in einem Schattenbahnhof sein. Das dauert noch ein bisschen. Und dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen an der Lok umbauen. Denn ich muss das Kabel von unten nach oben verlegen. Jetzt habe ich jetzt die ganze Lok hier innen drin ein bisschen auseinandergebaut. Denn das hier, das ist unser Gegenstück sozusagen, das an die Lok kommt. Das werden wir hier einbauen müssen. Und ich habe ein relativ dickes Kabel. Das muss ich hier durchziehen. Deshalb, wenn ich jetzt hier diese beiden Steine rausnehme, dann haben wir eine Lücke von ungefähr 2x2 Noppen. Da passt das Kabel super gut hindurch. Und wir können alles relativ gut wieder zusammenbauen, ohne dass man von außen irgendwas sieht. Von unten sieht das Ganze jetzt ungefähr so aus. Ihr seht hier dieses schwarze Element. Das Problem ist nur, dass das rechte Teil hier nicht sich bewegen kann richtig. Weil nämlich dieses Verlängerungskabel, dieses USB 3.0 Verlängerungskabel da ein bisschen im Weg ist. Hier links haben wir kein Problem. Hier kommt das Kabel raus. Deshalb ist es ein bisschen problematisch. Ich muss ein bisschen das rechte Teil umbauen. Das wird kein großes Problem sein. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Ich habe jetzt einfach mal für diesen Prototyp unser Gegenstück für das induktive Laden einfach hier draufgeklickt. Ihr seht, die beiden Elemente können sich weiterhin frei bewegen. Das schwarze ist übrigens ein Element, das man an sein Handy dran machen kann. Falls das Handy keine Induktionsmöglichkeit hat, kann man das da benutzen. Und wir nähern uns im großen Moment. Deshalb zeige ich euch erstmal, wie es aussehen sollte, wenn es auflädt. Ihr seht dieses oben rechts, das grüne Licht. Die anderen, die jetzt so kurz blinken, die ignorieren wir. Oben rechts sehen wir dieses etwas pulsierende Licht. Und das brauchen wir. Wenn das so pulsiert, dann lädt das Ganze. Wir sehen jetzt hier unten unseren QI-Charger. Oben drüber ist die Lok. Ihr seht da auch das Gegenstück, das unten auf der Schiene im Prinzip fast aufliegt. Und ihr seht, es pulsiert auch hier. Das heißt, das ganze System funktioniert. Also die Idee, die ich hatte, lässt sich umsetzen. Das ist der Prototyp. Man muss natürlich auch ein bisschen schauen, wie man mit den ganzen Kabeln arbeitet. Man muss da ein bisschen Platz schaffen. Wahrscheinlich alles ein bisschen umbauen. Aber das System an sich funktioniert. Das heißt, induktives Laden mit dem Bovis 3.0 funktioniert in dieser Kombination. Wenn ich jetzt zur Seite fahre, seht ihr, das grüne Licht bleibt jetzt noch an. Aber es blinkt nicht mehr. Das heißt, das Blinken ist weg. Das heißt, gerade wird nicht geladen, weil wir eben nicht über der Induktionszone sind. Wir fahren jetzt ein bisschen nach links wieder. Und dann fängt das Blinken wieder an. Das heißt, jetzt ist der Ladeprozess wieder intakt. Also es wird jetzt geladen gerade. Der Akku, der im Bovis 3.0 eingebaut ist, der lädt jetzt durch das induktive System. Kriegt also seinen Strom von unter der Schiene nach oben. Und das große Ziel später irgendwann ist, dass wir eine Art Schattenbahnhof haben und dort dann die Züge geladen werden können. Im besten Fall natürlich vollautomatisch. Die auch erkennen, wann sie das machen müssen. Also das ist eine Geschichte, die wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber das ist der erste Schritt, der einfach die Machbarkeit des Ganzen zeigt. Also das funktioniert. Man kann das induktiv machen. Man kann das Ganze kombinieren. Und das lässt sich umsetzen. Das heißt, diese Option, dass die Züge dann irgendwann mal automatisch sich aufladen, nicht dauernd. Batterien wechseln muss ich ja eh nicht in dem Fall, weil der Bovis ja in dem Prinzip einen Akku hat. Aber ich muss auch nicht aufmachen, um das Ganze aufzuladen. Jetzt hier im Dunkeln sieht man es noch ein bisschen besser. Um euch nochmal zu zeigen, was ich genutzt habe. Ich habe hier diesen Invisible QI Charger, also im Prinzip ist es ein QI Charger, der für gedacht ist, ihn unter eine Tischplatte zu bauen. Deshalb hat er auch diese Möglichkeit, über drei Zentimeter zu laden, dass man eben eine verdeckte Möglichkeit unterm Tisch hat. Ist die perfekte Option gewesen, um das jetzt auch zu machen, weil wir natürlich ein bisschen Abstand haben, wenn es unter unserer Schiene ist. Das ist der hier. Habt ihr ja gesehen. Der ist wirklich in einer sehr, sehr guten Höhe. Ist gut verarbeitet, meiner Meinung nach. Lässt sich gut dafür einsetzen. Ansonsten habe ich eben das Gegenstück hier genommen. Das ist so ein, ja, wir nennen das jetzt Magic Tag. Habe ich euch gerade schon mal erklärt. Ist sozusagen ein Nachrüstset für Handys. Aber wenn ihr sowas benutzen wollt, wirklich nehmt, was markentechnisch. Das hier ist eine bekanntere Marke. Denn wenn ihr jetzt irgendwas wirklich Billiges nehmt, dann überhitzen die Dinger sehr gerne und verschmoren durch und sind in Brandgefahr. Ansonsten haben wir hier noch ein USB-Verlängerungskabel, ein 3.0-Verlängerungskabel. Ähm, weil natürlich, äh, USB-C meine ich natürlich. Habe ich auch schon vorher schon 3.0 gesagt. Ich meine natürlich USB-C. Ähm, weil das Kabel natürlich zu kurz ist. Weil es ist eigentlich dazu gedacht, dass es direkt in den Ladeport unten im Handy geht. Und ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass das jetzt der Prototyp entstanden ist. Das heißt, meine weiteren Pläne mit dem ganzen Zugsystem funktionieren. Hier drin muss, wie gesagt, noch ein bisschen umgebaut werden. Ich muss auch mit den Motoren vielleicht nochmal ein bisschen umbauen. Aber ihr seht hier sehr schön das Pulsieren. Das heißt, das Laden von unter der Schiene durch den ganzen Zug nach oben, das funktioniert. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt auf diesem Weg zu dem, ja, das, was ich vorhabe mit dem Eisenbahnsystem hier irgendwann mal. Und Eisenbahn ist auch ein ganz gutes Stichwort. Wir gehen jetzt mal nach links, denn in absehbarer Zeit auf jeden Fall noch in diesem Januar werden wir tatsächlich endlich mal wieder einen Bahnsteigen weiterbauen. Und der nächste Abschnitt wird hier fertiggestellt werden. Das heißt, hier werden wir wieder 48 Knoppen weiterbauen. Das Besondere daran ist, dass wir dann nach unten gehen. Da erreichen wir den Punkt, an dem die Treppen beziehungsweise die Aufzüge nach unten gehen. Das heißt, das wird was Besonderes werden, weil wir dann auch natürlich die Löcher endlich in den Tisch schneiden werden oder sägen, besser gesagt. Und das Ganze natürlich nach und nach jetzt auch wieder einen Schritt nach vorne geht. Was wir zeitgleich machen, ist, dass wir natürlich auch unten drunter weiterarbeiten. Habe ich euch schon mal angesprochen. Ich habe das erste Brett besorgt, um hier unten drunter weiterzubauen. Das Tolle ist, dass wir da vermutlich auch schon die erste Treppe zu Bahnsteig, was ist das denn, 2 und 3 hochbauen können. Also es wird hier einiges passieren im Thema Bahnhof unterirdisch. Also da bin ich selber auch sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Da werden wir auf jeden Fall einiges machen. Und ansonsten hoffe ich euch, dass dieser etwas mehr technische Teil heute mal, dieser Weg sozusagen in die Zukunft, sage ich mal, euch gefallen hat. Und wir hier ein bisschen vorangekommen sind mit dem, was ich plane, Richtung Modellbau etc. Also dass das Ganze ein bisschen automatisierter wird und das ist ein wichtiger Schritt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.